Hi, ich bin Heidrun und ich heiße dich herzlich willkommen in meiner spirituellen Welt. Ja, es geht los. Vielleicht hast du schon meine anderen Videos verfolgt und weißt, dass ich jetzt aufbreche zu, ja ich möchte sagen, dem größten Abenteuer meines Lebens, denn ich verbringe den Dezember, den Januar und den Februar in der Türkei und es geht am Dienstag los. Heute ist Sonntag, das heißt, es ist nicht mehr viel Zeit und ja, ich bin einfach mega, mega aufgeregt und ich möchte heute einfach ein bisschen darüber sprechen, wie es mir gerade geht, aber auch darüber, was so nach meinem Gefühl oft ein bisschen weggeschoben wird oder vielleicht einfach nicht erzählt wird, nämlich, dass man vor so einem Abenteuer, der vor so einer Reise oder so einer Sache auch wirklich mit Ängsten konfrontiert wird. So ist es zumindest bei mir und ich weiß auch von anderen, dass es so ist. Es kommt aber oft so rüber, ja es ist alles schön und ich freue mich einfach nur und alles gut. Also mein Empfinden, ja. Und ja, auch ich freue mich mega. Ich bin super aufgeregt, auch freudig aufgeregt und habe total Lust auf die Zeit und dennoch mache ich mir gerade echt in die Hosen. Und ich hatte ja eigentlich vor, alleine zu fahren. Also ich fahre ja mit meinem Hund und mit dem Auto und hatte eigentlich die Reise alleine geplant. Und dann hat sich ja jetzt ergeben, dass meine Freundin, die dort unten lebt und mit der ich ja dann da auch ganz viel Zeit verbringen kann und werde, ja, dass sie hierher gekommen ist und mit ihrem Auto aus verschiedenen Gründen, das würde jetzt zu weit führen und dass wir gemeinsam diese Reise machen. Und am Anfang habe ich mich auch sofort gefreut und dachte, ja cool, aber da war noch so eine kleine Stimme, die gesagt hat, eigentlich wolltest du es alleine schaffen. Und soll ich dir was sagen oder euch? Ich bin so unendlich dankbar, dass ich das nicht alleine machen muss. Die Rückfahrt wird ja dann alleine und das weiß ich, das wird auch schon noch eine Riesenherausforderung, auch weil ich den Hund dabei habe. Auf der einen Seite ist das schön, denn es ist ein Lebewesen da, mit dem ich reden kann und es ist einfach jemand da. Ich bin nicht alleine. Meine Freundin hat jetzt die ganze Fahrt alleine gemacht. Ihr Mann ist ja in der Türkei geblieben und wirklich Riesenrespekt vor ihr. Also mega mutig als Frau tatsächlich diese ganze Strecke von da unten hier hoch alleine zu fahren. Da bin ich sehr dankbar, dass ich meine Emmy dabei habe. Auf der anderen Seite habe ich ja noch wieder ein Lebewesen, um das ich mich kümmern muss und auf das ich auch Rücksicht nehmen muss mit ihren Bedürfnissen. Und das macht es für mich dann aber auch in gewisser Weise wieder schwieriger, weil ja, ich bin nicht alleine, aber ich habe eben sie auch noch, auf die ich achten soll oder muss. Und ich habe eben, ich habe es ja auch schon mal erwähnt, auch dieses Trauma mit Grenzen und wir müssen dort über einige Grenzen und zwar über Grenzen, wo kontrolliert wird und zum Teil heftig kontrolliert wird. Und das mit Hund ist für mich einfach eine große Herausforderung. Ich weiß, dass alles gut geht und ich bin voll im Vertrauen, aber dennoch ist es eben eine Herausforderung. Und deswegen bin ich so unendlich dankbar, dass ich jetzt diese Hinfahrt nicht alleine mache, denn wir fahren ja immerhin durch verschiedene Länder und ja, eben auch durch Länder, die ich noch nicht kenne und wo die Grenzen eben wirklich auch heftigst und hart bewacht werden. Das ist einfach ein Fakt. Und es ist alles soweit gut vorbereitet und die Unterkünfte sind gebucht und das passt alles, das steht alles. Aber ja, ich werde gerade tatsächlich noch mal mit vielen Ängsten konfrontiert und es ist für mich eben auch die erste Zeit, dass ich so lange von meinem jetzigen Zuhause weg bin und ich will das so und es ist auch alles gut. Aber dennoch werde ich gerade auch mit Ängsten konfrontiert und dennoch ist das nicht einfach, denn ich weiß auch für meine Mutter ist das alles andere als leicht und das ist okay und ich weiß das auch und ich kann damit umgehen und dennoch tut es mir natürlich auch irgendwo leid. Beziehungsweise, ja, ich will nicht sagen, dass es mir das schwerer macht, das wäre falsch gesagt, aber es ist natürlich ein Punkt, der es nicht unbedingt einfacher macht. Und sie hat am Dienstag Geburtstag und wir frühstücken dann noch mit ihr hier und dann werden wir fahren und ich weiß, dass das sehr emotional wird. Und ja, das sind einfach so die Dinge, die eben im Vorfeld auch passieren. Man muss sehr, sehr viel beachten. Ich muss mich auch einschränken, was die Dinge angeht, die ich mitnehme, denn ich habe einfach nur begrenzte Kapazität und will den Wagen auch nicht überladen. Also muss ich auch da wirklich gut gucken, was nehme ich mit, worauf kann ich verzichten und was ist unverzichtbar und da gehören natürlich die Dinge dazu, die meinen Hund betreffen, von denen ich weiß, dass ich sie dort unten nicht bekomme. Also mache ich bei mir Abstriche. Das ist halt so. Wird wahrscheinlich jeder kennen, der ein Tier hat oder auch Kinder hat, dass man dann bei sich selber eben spart. Ist auch völlig in Ordnung. Aber eben, ja, gerade auch diese tiefen Traumata, die ich eben aus meiner Kindheit mitgenommen habe, wie wir damals an der Grenze zur DDR gestanden haben und mein Papa dort einfach mitgenommen wurde und wir nicht wussten, was Sache ist. Er ist dann nach zwei, drei Stunden oder so wiedergekommen, aber wir standen dort und wussten nicht, was los ist. Und das sitzt einfach ganz, ganz tief bei mir. Und damit werde ich gerade massiv konfrontiert. Das ist gut so, denn das ist ja auch ein Punkt, warum ich diese Reise mache. Also mit einem Punkt, weil ich weiß, dass ich dieses Trauma heilen möchte. Denn genau das ist es ja. Die Ängste werden nur verschwinden, wenn man sie wahrnimmt, anschaut und einen Weg findet, hindurch zu gehen. Das muss nicht immer sein, dass man das, was man erlebt hat, nochmal sozusagen wieder durchspielt, um es damit zu heilen. Es geht auch anders. Aber der wichtige Punkt ist eben, sich bewusst zu machen und sie wirklich bewusst wahrzunehmen. Und das tue ich gerade und das ist auch gut so. Aber ja, mir geht, wie sagt man so schön, der Popo auf Grundeis. Also es ist wirklich, ich bin mega aufgeregt. Und da kommen dann die Gedanken, da kommen dann die Bilder. Und ich habe ja immer meine Methode. Ich mache dann immer ein großes rotes X, wenn sowas kommt und setze gleich etwas dagegen, dass ich mir sage, alles ist gut, alles wird gut. Und stelle mir vor, wie es ist, wie ich es haben möchte. Aber dennoch sind diese Gedanken da. Und ich kann sie auch nicht komplett abstellen. Das ist ganz einfach so. Und auch das ist in Ordnung für mich. Aber ja, das ist einfach eine Facette dieser Sache. Die ich wichtig finde, auch tatsächlich mal auszusprechen, dass bei aller Freude und allem Tollen, was dahinter steckt, eben auch einfach dieser Gedanke, Mist, warum tue ich mir das selber an? Warum mache ich das? Es ist doch eigentlich alles ganz schön hier in meiner Komfortzone, in meiner Blase. Ich könnte auch einfach hierbleiben und so weiter leben. Das kommt hoch. Und ich bin sicher, das kommt nicht nur bei mir hoch. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt, den man eben auch einfach mal beleuchten sollte, um zu zeigen, dass sowas eben nicht immer nur so lustig oder leicht vonstatten geht, sondern dass da eben auch ganz, ganz viel dahinter steckt emotional. Für mich noch besonders, denn ich war früher, obwohl ich immer schon gerne gereist bin, habe ich mich wahnsinnig schwer getan damit, mein Zuhause zu verlassen. Bei mir war das tatsächlich sogar so krass, dass wenn ich mit meiner Familie in den Urlaub gefahren bin und wir dort angekommen sind, ich erstmal eine Runde geheult habe. Grundsätzlich. Das war einfach, ja, das war vielleicht, weil mir das Ganze einfach insgesamt zu viel war. Ich habe mich dann immer mega gefreut und meistens habe ich dann geheult, wenn es wieder zurückging, weil ich es dann da so toll fand. Aber ich habe mich da unfassbar schwer mitgetan. Landheim in der Schule war für mich immer erstmal ein Groll oder ein Graus. Ich bin dort erstmal immer heulend zusammengebrochen, habe immer die ersten Stunden riesiges Heimweh gehabt. Irgendwann war es dann gut, dann hatte ich mich gefangen, dann wollte ich auch gar nicht mehr weg. Also dann war alles gut. Aber das hat mich wirklich viele, viele Jahre begleitet, dass ich mich ganz, ganz schwer getan habe, solche Dinge zu machen. Ich weiß zum Beispiel einmal, da bin ich zu meiner Schwester geflogen, habe mich auch wahnsinnig gefreut, hatte aber einen sehr langen Flug, musste mehrmals umsteigen. Und da bin ich über Frankfurt geflogen, von Hannover nach Frankfurt. Und da bin ich in Frankfurt tatsächlich zum Flughafen Seelsorge gegangen, weil ich gerade, ich habe eine Panikattacke gekriegt. Ich hatte das Gefühl, ich kriege das alles nicht mehr hin und das funktioniert alles nicht und ich muss jetzt mit jemandem reden. Und der hat mich dann auch sehr gut aufgebaut und ich habe diesen Flug dann auch wunderbar geschafft. Also das hat alles super funktioniert. Aber deswegen ist es für mich eben wirklich einfach ein Riesenberg, eine riesengroße Herausforderung. Und ich bin schon wirklich viel gereist und ich bin auch schon viel alleine gereist. Und trotzdem, ja, es ist einfach nochmal eine andere Stufe, weil mit dem Auto, mit dem Hund und ja, jetzt auch noch offensichtlich bei Schnee und daneben drei Monate weg. Das ist einfach eine Hausnummer und ja, das darf man sich im Vorfeld eben auch einfach mal bewusst machen, dass da emotional ganz, ganz viel dran hängt, dass man auch Menschen verabschiedet. Ich habe jetzt noch einige meiner besten Freunde vorher gesehen und auch das ist nicht leicht. Auch wenn man weiß, okay, ich bin Anfang März wieder hier, dann kann man sich sofort wieder sehen. Aber dennoch, die Zeit dazwischen, die ist lang und das sind einfach alles Dinge, die spielen mit rein und so geht es mir gerade. Und ja, vielleicht bist du ja auch dabei, irgendwie was zu planen oder kannst das auch bestätigen, weil du das ebenfalls so empfindest oder empfunden hast. Würde mich interessieren, wenn du Lust hast, da mal in die Kommentare zu schreiben, weil ich möchte da einfach immer ehrlich sein und diese Dinge eben auch mit hier reingeben, weil ich finde, dass sie eben auch wichtig sind, weil es auch dazu gehört. Und ja, trotzdem freue ich mich jetzt wahnsinnig und werde die Reise auch begleiten. Also es wird zwischendurch ein Video geben. Wir haben in Serbien einen Tag Aufenthalt und dort werde ich dann ein kleines Update machen, was bis dahin passiert ist. Und wenn wir dann angekommen sind, wird es auch das nächste Video geben, wie die Reise gewesen ist und ja, wie es dann dort ist. So die ersten Eindrücke und ja, ich freue mich riesig. Es wird mega, mega toll und trotzdem, wie gesagt, bin ich gerade wahnsinnig aufgeregt. In diesem Sinne, hab einen schönen Sonntag, einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer du dieses Video schaust. Und schreib mir gerne mal, wie du das empfindest und was du darüber denkst.